Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, aber zersplitterter Gipfel. Das Weihnachtsevent ist vorbei und das einzige Event, was wir aktuell noch haben, ist das Schlachthaus. Und das verschwindet auch in vier Tagen und dann ist Endspurt für Season 3. Und es gibt noch eine Sache, die ich zum Schlachthaus sagen möchte und dafür werde ich heute das Video nutzen. Ich denke auch, das ist eine relativ wichtige Sache, auch damit ihr das schon mal gehört habt. Für die Zukunft sollte das Schlachthaus mal wiederkommen, in wahrscheinlich einer etwas anderen Form, aber auch mit Siegelpulver. Dann wäre es schon ganz wichtig, wenn ihr den Tipp hier habt, weil ich weiß von vielen, habe ich öfters jetzt mal gelesen, dass es Probleme mit Siegelpulver gibt. Ich hatte da schon mal vor Wochen ein Siegelpulver Video zu gemacht, wie man Siegelpulver am besten farmt. Ich habe aktuell, weil ich relativ viel Schlachthaus ja gemacht habe, ihr wisst ja, ich habe meine Glühve auf Level 20. Wir können mal hier gerade reingucken. Die Trainer aus Blut ist bei mir auf dem Necro auf Level 2, perfekt. Und auf dem Magier habe ich die auf Level 20 und daher habe ich das ganze Siegelpulver. Ich habe hier gerade 150.000 Siegelpulver. Und vielleicht auch für alle, die auf die Leaderboards wollen oder relativ hohe Tears laufen wollen, die werden wahrscheinlich schon wissen, dem werde ich nichts Neues sagen, dass es Dungeons gibt, die besser sind und Dungeons gibt, die schlechter sind. Ich habe mir sagen lassen, dass Dungeons, die nicht so enge Räume haben, besser sind. Dass Dungeons mit Spinnen vor allen Dingen und mit Skeletten besser sind, als vielleicht mit Priestern, Kultisten, Kreuzrittern, Geistern vor allen Dingen. Die sind alle schlecht. Aber sowas wie Spinnen und Skelette, das ist wohl das, was man haben will. Und man deswegen Siegel oft resettet. Das bedeutet, wenn ihr jetzt ein hohes Siegel laufen wollt, in meinem Fall jetzt, ich bin jetzt hier auf dem Necro, das ist ein schlechtes Beispiel, aber mit der Magie zum Beispiel, habe ich ja bislang immer so 11, 12 geschafft. Und wenn ich jetzt höher gehen wollen würde, würde ich schauen, dass ich ein Siegel finde, wo es entweder Spinnen gibt oder halt Skelette und dass der Dungeon an sich für mich gut passt. Das muss man auf jeden Fall beachten, wenn man hohe Tears laufen will. Das Problem ist, dass hohe Tears auch viel Siegelpulver kosten. Bedeutet, wenn wir jetzt hier mal gucken, die Zwölfer kosten zum Beispiel schon 1.350 und jedes weitere Level 50 Siegelpulver mehr. Und selbst bei nur 150.000, wenn ich jetzt die 14 da immer wieder rollen würde, seht ihr, ich kann gerade 100 Stück davon machen. Aber wenn ihr immer wieder rollen müsst auf Skelette oder Spinnen, dann kann das richtig teuer werden. Und ich habe einen kleinen Tipp, wie ihr das machen könnt, ohne Siegelpulver auszugeben. Deswegen würde ich hier einmal als Test einen 10er machen und den 10er auch starten. Dann gucken wir uns einmal zusammen an, welche Gegner da drin sind und welcher Dungeon-Typ. Das ist ja immer random generiert. Deswegen gehen wir jetzt einmal rein und gucken nach. Das war übrigens dumm, dass ich mit dem Necro gerade einen 10er gezündet habe. Aber schauen wir mal. Auf, dass ich nicht direkt draufgehe, weil sonst macht das alles ja gar keinen Sinn. Ich muss das nochmal neu machen auf dem 1er. Also wir sehen schon, wir haben hier sowas wie die Schlangengrube, Schlangenhaus, wie heißt das Ding nochmal, Schlangenest, ist... Ich habe davon ehrlich gesagt keine Ahnung. Da wird es bestimmt geile Guides im Internet geben. Ich weiß nicht, ob das ein guter Dungeon ist. Das könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mit Erfahrung für euch selber entscheiden. Wenn wir jetzt hier mal gucken, welche Gegner drin sind. Das mache ich auch nur ganz kurz. Irgendwelche, oh, Fernkämpfer und, oh mein Gott, okay. Also wir sehen, da sind diese Gegner gewesen, ja. So. Und der Trick ist jetzt, wir müssen zu Fuß aus dem Dungeon rausgehen. Das ist ganz wichtig, nicht rausporten, sondern zu Fuß rausgehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, jetzt müsst ihr euch einen Timer stellen. Das könnt ihr an der Stoppuhr am Handy machen oder ihr macht das nach Gefühl. Auf jeden Fall müsst ihr hier nach zweieinhalb Minuten wiederkommen. In der Zwischenzeit könnt ihr irgendwas anderes machen. Sachen verkaufen gehen, irgendwo ein bisschen Farmen gehen, aktuell noch in der Bluternte. Irgendwas anderes machen. Grausige Gaben sammeln, was weiß ich. Irgendwas anderes machen. Dafür dürft ihr auch ruhig wegporten, das ist kein Problem. Jetzt zum Beispiel wäre hier Höllenflut. Man könnte Höllenflut machen, irgendwas. Zweieinhalb Minuten müsst ihr warten. Das ist übrigens auch ein Trick, den gab es auch schon letztes Season und ich glaube sogar auch schon seit immer. So konnte man damals auch Nightmare Dungeons zurücksetzen, wenn man sie nicht beendet hatte. Da gab es damals diesen Trick, dass ihr zum Beispiel bei einem geilen Nightmare Dungeon wie Sarats Unterschlupf, wenn ihr den nicht beendet habt, das bedeutet, den Endboss nicht besiegt habt, seid ihr einfach aus Sarats Unterschlupf rausgegangen. Damals ging glaube ich noch Porten, seid zweieinhalb Minuten rumgelaufen, dann wieder in Sarats Unterschlupf reingegangen und dann war es so, als hättet ihr den nie gemacht und ihr konntet ihr den komplett wieder neu laufen. Das war bei manchen Dungeons gerade in Season 1. Wie, 2? Da sind doch gar nicht in der zweiten. Ich bin schon im Kopf weiter. In Season 1 hat man das oft gemacht, um Sachen zu farmen. Da sind viele Gegnergruppen. Siegel zu farmen. Alles mögliche, weil es einfach Spaß gemacht hat. Das hat man da gemacht. Kann der eine oder andere, der jetzt gerade das Spiel vielleicht gestattet hat, nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber das hat man damals gemacht. Die zweieinhalb Minuten sind vorbei. Jetzt gehen wir einmal nochmal rein und da sehen wir, es ist ein anderes Schlachthaus. Irgendwie so Tiefenwald von Nostrava, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt hier mal zu den Gegnern laufen, ohne zu sterben, sehen wir, dass es auch andere Gegner sein müssten. Eben war es ein Werwolf. Es sind wieder Werwolfe, aber auch Ghule und wir hatten eben Ertrunkene. Also Werwolf ist geblieben, aber damit ihr ein Gespür dafür habt, also habt ihr kein Siegelpulver in Zukunft, könnt ihr so Dungeons resetten, wenn ihr glaubt, den Dungeon nicht schaffen zu können. Wenn ihr auf die Leaderboards wollt und damit hohe Dungeons machen wollt, wenn ihr rollen wollt auf unterschiedliche Dungeons, dann ist das hier der Way to go, um Siegelpulver zu sparen und nicht immer wieder neu zünden zu müssen. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut zu wissen, falls es in der Zukunft so sein sollte, wenn das so ins Game reinkommen sollte mit den Siegeln, werde ich das so definitiv auch machen. Vor allen Dingen in der neuen Season. Leute, vergesst das nicht. Season 3 fangen wir wieder alle bei Null an, bedeutet Null Siegelpulver. Das erste Mal fahren. Für alle da draußen auch Hinterkopf behalten. Vielleicht das Siegelpulver nicht so rausschleudern, sondern auch von Anfang an der Season das gut sparen und horten und nicht so oft Siegel kaufen, sondern da auf jeden Fall ein bisschen mit Haushalten. Das Schlachthaus geht noch bis zum 8. Januar. Das bedeutet, wenn ihr noch auf dem Leaderboard wollt oder da noch irgendwie die Glühve leveln wollt, wenn ihr euch das noch anschauen wollt, dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall noch mal Gas geben und das machen. Ist nämlich in vier Tagen weg. Und danach habe ich ja am Anfang des Videos schon gesagt, geht es in den Endspurt zu Season 3. Und ich denke auch, dass wir aller, aller spätestens Ende der Woche oder nächste Woche dann endlich neue Informationen zu Season 3 mit einem Campfire bekommen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil Season 2 ist für mich aktuell auch beendet. Ich habe gestern noch mal ein Video für euch gemacht mit dem Pazifisten-Barbaren. Wenn ihr das noch mal abchecken wollt, ich verlinke euch das einmal hier oder oben. Und ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.